Okay. Oh! Sieht das so, sieht das komisch aus oder ist das einfach nur? Ich mach mal das, oder ich mach eben das große Licht aus. Ich glaub das verwirrt die Lampe und die Kamera. Aha. Schon besser. Hallo na! Wow, moin Freunde, was geht ab? Uh, alter Bruder, voll ins Ohr beschrieben oder was? Nein. Gut, dass ich hier einen Schoner auf habe. Gar nicht. Das war nur meine normale Stimme. Da war so ein leichter aggressiver Hauch irgendwie drin. Das war gar nicht. Okay, okay. Also Freunde, wir gucken uns heute was ganz Herdiges an. Ja. Weil wir haben einfach mal gedacht. Wir sind jetzt wieder erst. 2020 fängt das Jahr einfach mal an. Wir wollen nicht mehr lachen. Genau. Deswegen nicht lachen. Ja, und dann haben wir uns auch nämlich gleich unsympathisch rausgesucht. Endlich nicht lachen. Genau, endlich mal nicht lachen. Ja. Ja, weil vorbei mit Lachen jetzt. Genau, 2020 fährt jetzt endlich mal ein Jahr, wo wir sagen. Jetzt. Jetzt geht das los. So ein Real Talk. Ja. Echt? Ja. So ein Richtiges. Real Rap. Real Talk. Real Rap. Wir sind jetzt am gestartens Video. Endlich hat das Warten ein Ende. Endlich eine Episode von nicht lachen. Endlich. Verlaufen euch mal. Hello everyone, this is Mike again for you with the Outfit of the Day. Luca hat mir eure Clips zukommen lassen. Die schaue ich mir gleich an. Falls ich lachen sollte, habe ich verloren. Falls ihr daheim lachen solltet, habt ihr verloren. Simon. Werden wir ja heute nicht. Genau. Simon. Wir verlieren heute nicht. Huch? Ne. Oha. Alter. Ich glaube, ich war mal als Kind in meine Oma verliebt. Ich würde sagen, erster Clip. Let's go. Alter. Es ist ein Elektroschockerstift. Okay, wann genau schockt der mich, wenn ich oben drauf drücke? Hat er gut gemacht. Da gehen Grüße raus. Bitte jetzt nicht mehr klatschen. Da gehen Grüße raus an Papa Platte. Abitur Brandenburg 2019. Ich war dabei. Wenn wir uns treffen, sind wir eigentlich schon auf Party. Allein der Weg zur nächsten Diskothek ist schon die Party. Wenn wir irgendwo sind, schon vorglühen. Bei uns ist immer Rock'n'Roll. Highlife. Bei uns, da tanzen die Weiber nackig auf den Tischen. Wir lieben das auch so. Jens, falls du das sehen solltest, es tut mir leid. Jens23. Warum sieht Jens mit 23 schon so aus, als ob er, keine Ahnung, Ende 30 wäre? JAAAAAAA! JAAAAAAA! JOK GIZEL! Wie viele Fernsehauftritte hatte Jens denn schon? Ein paar. Weil bei Joko und Klaas war er ja auch schon. ProSieben, ist ja ein ProSieben-Mensch. Da ist er ja voll drin, ne? Alter Schwede. Was? Wenn einen aus der 2 wie heute Rock angezogen hat? Okay. Geh mal auf, dreh dich mal, dies, das, zieh mal Rock hoch. Eine amüsante Runde gegen den Peter, der sowieso kein Gehirn hat. HAAAAAAA! Auf den Schock erstmal in die Werbung. Mein RTL! www.unsympathischshop.de Endlich ist wieder der bunte unsympathisch-Sweater mit 3D-Stick verfügbar. Schlagt zu, solange der Vorrat reicht. G steht für Gönn und 5 steht für... 540 Gramm. Mein RTL! Hört mir zu, Männer sind wie Katzen. Manchmal kotzen sie in die Wohnung und lecken sich selbst auch am Fell. Aber wenn du sie vom Balkon schmeißt, könnten sie das überleben. Vielleicht sind sie auch tot. Denkt an meine Worte. Whew, fih, hol! Wird du nicht boxen?! KOMM HER, KOMM HER! HAND' US NEM! Meine Mama kommt nächste Woche Donnerstag vorbei. Wir machen hier so einen kleinen Übernachtungspumps. Ah! Der Rift ist wieder da, der Rift ist wieder da! Hey, ein Jahr kein Sex oder ein Jahr kein Zocken. Sehe ich so aus, als hätte ich Sex? Ich glaube, das Video habe ich schon gesehen. Ey, kein Sex vor der Ehe. Dann muss Sascha sogar fast lachen. Ja Leute, Miguel, ich und Dennis sind gerade hier unterwegs und wir werden gerade von 4 Kanacken verfolgt. Ey Digga. Und Leute, an der Stelle bin ich komplett raus. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Falls ihr diesen Kanal abonniert habt, könnt ihr jetzt auf kostenfreier Lärm passen. Habe schon. Für mich da lassen. Sendet auch jetzt wieder eure Clips an diese E-Mail-Adresse. Und in einem Monat kommt dann wieder Versuche nicht zu lachen. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn es wieder heißt. Wahrscheinlich, wenn du dann schreist, schreist du alles hier oben raus, Alter. Ja, wenn Bücher kommen auf dem 50er. Wie schreist du dann? Ist da richtig Amok angesagt? Ich freue mich dann. Echt? Ja. Oh Leute, Alter. So kann man gut in 2020 starten? Auf jeden Fall. Wir haben schon mal die Vorsätze. Ich meine, ich habe zwar eben so einen kleinen Lächeln abgehört, aber die Challenge war ja da schon vorbei. Ja? Ja, Lobo. Bis zur Abmoderation. Okay. Das steht so in den Kleingedruckten. In deinen Nicht-Klagenregeln? In dem, in dem, ähm, in dem Kleingedruckten steht das. Ach so. Habe ich da gelesen. Ich, ich lese mir das Kleingedruckte durch. Aha. Du bist auch so einer, der die Anleitung behält, ne? Ja. Ja. Irgendwo in der Schublade. In der Batterienschublade. Ach so. Da hast du die Batterien auslaufen können und die Anleitungen versuchten. Ich zeig das dann auch. Ja. Ja, guck. Freunde. Bewert und kommentieren nicht vergessen. Schaut bei uns sympathisch vorbei. Schreibt da mal Hallo nach. Schreibt mal Hashtag Hallo nach. Und sonst schaut bei uns vorbei. Schreibt da auch mal Hallo nach. Schreibt einfach überall Hallo nach. Genau, überall Hallo nach. Das ist einfach das Beste. Und ich sage, halt die Haare. Lass sie weh. Ciao, ciao.